Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Neben mir auf dem Tisch haben wir ein neues Gehäuse von Lian Li, ein Prototyp, muss ich auch direkt vorab sagen, also da werden noch ein paar Feinheiten getunt, aber wir haben hier das brandneue O11 Dynamic Evo. Ich weiß, viele von euch O11 Dynamic denken sich so, boah, krasses Gehäuse, es gibt schon 20.000 verschiedenen Ausfertigungen, aber ich finde es ja sehr, sehr gut, dass Lian Li sich weiterhin Gedanken macht und sich nicht auf den Lorbeeren ausruht, sondern sich denkt, okay, was können wir an diesem Gehäuse noch verbessern, noch verändern und ich muss sagen, ich finde es immer wieder beeindruckend, auf was für Ideen Lian Li kommt und ich würde sagen, wir legen auch direkt los und schauen uns das Gehäuse an. Dieses Video wird unterstützt von Hetzner mit dem neuen Dedicated Root Server AX101 mit AMD Ryzen 550X 16-Kernprozessor. Stati 128 GB ECC-Arbeitsspeicher und zwei 3,84 TB Data Center SSDs ermöglichen einen vielseitigen Einsatz mit außergewöhnlicher Performance wie zum Beispiel Virtualisierung, 3D Rendering oder Videobearbeitung. Das selbst entwickelte Rack und Kühldesign sorgt dabei für gute Temperaturen für stabilen Betrieb. Hetzner bietet neben 24-7 Support, schneller Bereitstellung und DDoS-Schutz auch eine sehr schnelle Internetverbindung. Mehr Informationen findet ihr über den Link in der Beschreibung. Der Grundkörper ähnelt natürlich oder ist quasi identisch zum ersten O11 Dynamic. Ich werde jetzt auch direkt gleich mal die Seitenscheiben abmachen, weil es mit denen einfach unfassbar schwer ist, das Ganze zu filmen. Ist mit schwarzen Gehäusen generell immer so ein bisschen schwierig, deswegen finde ich weiße oder silberne Gehäuse immer mega praktisch, zumindest mal fürs Review selbst. Aber wir haben eine Glasfront und auch Glasseitenteil und die werde ich jetzt direkt mal kurz abnehmen, ja, damit wir das Ganze so ein bisschen besser betrachten können. Wie schon bei der originalen Version haben wir hier hinten zwei Schrauben, die werden einfach geöffnet und dann können wir das obere Teil nach hinten ziehen. Die Seitenscheiben werden jetzt nicht mehr wie früher quasi nach oben geliftet und dann weggenommen, sondern hier gibt es jetzt so ein Klickmechanismus. Das heißt, man zieht die so ab und nimmt die dann nach oben hoch und kann sie damit entfernen. Gleiches auch an der Front. Einfach nach vorne abziehen und dann nach oben wegsliden. Die erste große Änderung führt uns generell mal zur Front. Früher war das ja so, dass die ganzen Anschlüsse und alles hier vorne eingelassen wurden. Jetzt haben wir hier ein Frontpanel, das wir quasi wegklappen können zur Seite. Und dann haben wir hier den Startknopf, Resetknopf. Hier haben wir zwei Knöpfe für Lüftergeschwindigkeit und RGB. Also innen drin ist ja auch schon eine Lüftersteuerung und eine RGB-Steuerung. Die zeige ich euch gleich noch. Dafür sind dann diese beiden Knöpfe. Und warum das Ganze mit diesem, sag ich mal, Fronttürenmechanismus gemacht wurde, ist die Tatsache, dass man die Möglichkeit hat, hier vorne Hotswap-Cages einzubauen. So sieht dann so ein Hotswap-Käfig hier aus. Und dementsprechend dazu dann noch die SATA-Kabel. Die sind wahrscheinlich, normalerweise man das kauft hier schon dran, aber das ist alles Prototypen-Zeugs. Deswegen sieht es nicht unbedingt schon direkt so aus, wie ihr das letztendlich auch kauft. Und ich habe jetzt mal kurz ein so ein Teil hier eingebaut. Und dann seht ihr, hängt es auf der rechten Innenseite hier so drin. Logischerweise blockiert ihr damit den rechten kompletten Platz für Lüftern und Radiatoren. Also es könnt ihr dann logischerweise nicht mehr nutzen. Aber ihr habt eben die Möglichkeit, daraus einen Hotswap-Cage zu machen und könnt dann hier vorne die Festplatte rausziehen. Ich habe es jetzt gerade nicht festgeschraubt. Das ist einfach nur zur Demonstration, damit ihr seht, was möglich ist. Und natürlich geht es beim Unteren. Der zweite ist dort auch noch. Weiter geht es mit der rechten Seite bzw. der Rückseite. Und hier haben wir jetzt die ganzen Anschlüsse, die wir sonst an der Front hatten. Da haben wir dreimal USB-A und dann einmal unten drunter USB 3.1 bzw. USB-Typ C und dazwischen den Audio-Anschluss. Und ihr seht auch auf der rechten Seite. Also die ganze rechte Seite ist einfach ein Mesh-Seitenteil. Dementsprechend ist natürlich für ordentlich Belüftung gesorgt. Also das ganze Gehäuse ist auf komplette Modularität und eben enorm gute Kühlung ausgelegt. Dann kommen wir jetzt mal zur Rückseite. Als erstes schauen wir uns dieses Teil hier an. Das ist ganz interessant. Also hier können wir so eine Art Schloss nach oben sliden. Und dann können wir dieses ganze Teil hier rausnehmen. Das ist unsere Radiatormontageblende oder Lüftermontageblende, je nachdem was ihr hier verbauen wollt. Ob ihr Lüfter oder Radiatoren hier anschließen wollt. Und das ganze ist schon über so Gumminupsis hier sage ich mal entkoppelt und lässt sich dann hier wieder reinsliden und dann hier wieder irritieren. Das ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Geht einfach mega schnell und hat eben den riesen Vorteil, dass das ganze auch dadurch entkoppelt ist. Das finde ich mega cool gelöst. Ich kann euch aktuell noch gar nicht alle Features zeigen, die dieses Gehäuse hat. Also da gibt es noch ein paar, die noch dazukommen. Da fehlt aber noch das eine oder andere Teil. Dieser Rahmen lässt sich übrigens auch drehen. Das heißt, ihr könnt den umdrehen um 180 Grad und somit auch die Einbauposition von Lüfter und Radiator nach hinten verschieben. Hierfür gibt es dann aber auch noch eine Blende. Also statt diesem Rahmen gibt es dann eine komplette Blende, die das Gehäuse quasi abschließt, wo man dann auch noch Festplatten oder SSDs dran montieren kann. Dieses Teil fehlt mir zum Beispiel. Und dann schauen wir mal kurz so ein bisschen auf den hinteren Rückbereich, sage ich mal. Und hier unten wäre jetzt der Platz für das Netzteil. Und hier oben wie gewohnt auch wieder so eine Bay, wo wir zwei Festplatten montieren können. Und das Ganze lässt sich auch wieder tauschen. Das war schon beim ersten U11 so. Das heißt, ihr könnt entscheiden, will ich das Netzteil unten haben, will ich es oben haben, will ich zwei Netzteile einbauen. Das ist gar kein Problem. Das ist alles möglich. Und hier innen drin sehen wir auch unseren Lüfter beziehungsweise RGB Controller. Also da seht ihr könnt ihr dann die ganzen Lüfter und RGB Steuerungskrams anschließen und dann direkt vorne über die Knöpfe im Gehäuse ganz bequem steuern. Dieser Käfig hier, nenne ich es mal, der wurde auch geändert. Früher war hier einfach nur so ein Cover drüber, wo man dann seine Kabel dahinter einquetschen konnte und verstecken konnte, falls man keinen Bock auf Kabelmanagement hatte. Und jetzt ist das wirklich so ein, ja, wie so ein Rahmen, der halt komplett auch links und rechts geschlossen ist. Und da kann man dann seine Kabel drin verlegen. Gerade jetzt, wenn man bedenkt, dass das eben so ein Mesh-Seitenteil ist, ist das auf jeden Fall die bessere Lösung. Hier unten im Gehäuse quasi von vorne betrachtet, haben wir auch wieder so einen Montagerahmen. Da können wir, wie gesagt, Lüfter oder Radiatoren montieren. Der lässt sich auch ganz einfach rausnehmen, wieder reinsliden und dann hier mit den Gummiteilen vorne klipsen. Dann gibt es hier noch zwei Schrauben, um es zu komplett fixieren. Und dann gibt es hier nochmal eine zusätzliche Schiene. Die können wir hier innen drin rein montieren. Und dadurch könnte man das hier umwandeln von einem, ich sag mal, Schraub für Radiator- oder Lüftermontage zu einem SSD- oder HDD-Montageteil. Weil hier auf diesen Positionslöchern, hier sag ich mal, wo dann die ganzen Cutouts drin sind, da könnte man dann optional bis zu vier HDDs hier nebeneinander platzieren. Einen ähnlichen Rahmen haben wir auch im Deckel. Nur mit dem Unterschied, dass dieses Teil, das zusätzliche, nicht bestimmt, ob ihr HDDs oder SSDs verbauen könnt, sondern das bestimmt, ob ihr 120er oder 140mm Lüfter verbauen könnt. Also oben habt ihr entweder Platz für einen 280er Radiator oder maximal einen 360er Radiator. Je nachdem, was das für Lüfter sind, müsst ihr dann das an dieser Position oder ihr seht hier hinten, dann eins nach hinten rücken. Also man merkt, glaube ich, bei dem O11 Ivo sehr stark, dass es so ein bisschen, sag ich mal, back to the roots Lian Li ist. Weil früher war Lian Li sehr stark dafür bekannt, dass es modulare Gehäuse waren. Man konnte allmöglichen Kram dazu kaufen mit diesen ganzen Hotswap-Cages und zusätzliche Radiator-Montagemöglichkeiten und sowas. Finde ich sehr, sehr geil, dass es zurück in diese Richtung geht. Und aus meiner Sicht das coolste Feature, also ihr könnt mir sehr, sehr gerne Feedback auf jeden Fall da lassen, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Lian Li kann da mit Sicherheit auch noch daran arbeiten. Falls ihr gute Vorschläge habt, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Aber das coolste Feature oder die coolsten Features sind aus meiner Sicht die Möglichkeiten, wie man die Grafikkarte montieren kann und dann ganz zum Schluss noch mal was, wo man im ersten Moment gar nicht drauf kommt. Aber das zeige ich euch jetzt. Natürlich gibt es wieder einen Weg, wie wir die Grafikkarte auch vertikal montieren können im Gehäuse. Da haben wir hier schon das vertikale Mounting-Kit und das lässt sich schon mal grundsätzlich auf zwei Arten montieren. Erstmal seht ihr hier oben, ihr seht natürlich hier die ganzen Slotblenden und dieses Teil hier oben kann man abnehmen und dieses Teil hier kann man auch abnehmen. Wenn man das macht, dann lässt sich der Rahmen quasi, sag ich mal, auf dieser Höhe montieren. Also in einer ganz, ganz hohen Position. Wie gesagt, dieses Teil hier kommt weg. Also das bedeckt hier nicht das Mainboard-Cutout. Das müsst ihr euch wegdenken. Aber das ist dann quasi die ganz hohe Position. Und wenn ihr sagt, nee, ich hätte es gerne lieber bei der unten, dann könnt ihr das auch zum Beispiel so montieren oder so montieren. Also das ist absolut variabel. Je nachdem, an welcher Position ihr eure Grafikkarte vertikal montieren wollt. Das ist schon mal sehr, sehr gut gelöst und somit blockiert tendenziell vielleicht ein paar weniger Slots, je nachdem was ihr braucht. Und hier haben wir jetzt mein Lieblingsfeature von diesem Gehäuse. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, what the fuck, das ist ja mal mega geil. Man kann einfach über eine zusätzliche Blende, die hier oben angeschraubt wird, die Grafikkarte hier vorne montieren. Und im ersten Fall, ja, so eine luftgekühlte Grafikkarte, klar denkt man sich so, okay, warum zum Teufel soll ich das machen. Ich finde es erst mal optisch mega, mega cool und was ganz Spezielles. Übrigens geht das ganze über ein ultra langes Riserkabel, kommt hier unten wieder raus und kann dann zum Mainboard geführt werden. Aber mit einer wassergekühlten Grafikkarte kommt es mit Sicherheit mega geil und ist halt ultra unique. Also sowas habe ich bisher so noch nicht gesehen. Sehr, sehr geil gemacht. So und für das allerletzte und wirklich verrückte Feature habe ich das Gehäuse umgedreht. Wir können hier nämlich eine sogenannte Reverse Mod durchführen. Das bedeutet, wir können das ganze Gehäuse drehen und dazu werden wir Boden und Deckel einmal tauschen und dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Okay, ich musste gerade feststellen, dass dieser Prototyp noch nicht ganz so weit ist. Da sind noch ein paar Teile unten vernietet und es fehlt noch eine komplette Platte unten. Ich denke mal, das werden die dann im nächsten Prototyp nachholen. Also sie haben ja schon gesagt, sie schicken mir in ein, zwei Wochen schon wieder das nächste Update. Wahrscheinlich ist dann dieser Teil dabei, aber ich zeige euch einfach mal ganz kurz in der PDF-Präsentation, wie das eigentlich aussehen sollte. So wird das Ganze vielleicht ein bisschen klarer. Also ihr seht hier links ist die Ausgangssituation. Da nimmt man eben den Boden ab und den Deckel und den Boden konnte ich gar nicht abnehmen, weil ihr seht hier bleibt ja ein Metallteil übrig, also so eine komplette Metall-Ebene und der Boden ist dann einzeln. Das war so noch nicht möglich. Das war quasi eins hier und das war zusammen vernietet. Deswegen habe ich gerade gemerkt, dass es noch nicht funktioniert. Aber an sich ist so gedacht, dass man den Deckel abnimmt, den Boden abnimmt und dann alles tauscht. Und dann seht ihr, dass quasi ja dann die offene Seite nach rechts zeigt, statt nach links, was natürlich ganz cool ist, wenn man das auf der anderen Seite vom Tisch stehen hat. Und natürlich ist dann das Mainboard gedreht. Das heißt, das Mainboard zeigt nach unten, was ich persönlich eigentlich immer ganz geil finde, weil dann ist auch die Grafikkarte quasi mit dem Wasserkühler oben. Das kann schon sehr, sehr schön aussehen. Also der erste Eindruck vom O11 Dynamic Ivo auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Klar, es ist irgendwo immer noch das gleiche. Es ist irgendwo immer noch das gute alte O11, aber man muss eben sagen, so rein von dem, was man in so ein Gehäuse eben unterbringt und den Möglichkeiten, die das Gehäuse bietet, ist das O11 immer noch fast unschlagbar. Und ja, die neuen Features, gerade mit den Varianten, wie man die Grafikkarte montieren kann, mit dem Reverse-Mod, mit den ganzen Möglichkeiten, Festplatten einzubauen, Radiator-Variabilität, ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ich bin gespannt, wie letztendlich das Produkt aussieht. Wie gesagt, lasst mir sehr, sehr gerne Kommentare, Features, Anfragen zu diesem Gehäuse unten da. Leite ich dann sehr, sehr gerne an Lian Li weiter. Damit verabschiede ich mich schon aus diesem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.